Im euclidischen dreidimensionalen Raum beschreiben orthogonale Matrizen Drehungen, Spiegelungen oder Drehspiegelungen. In diesem Video erkläre ich dir alles über Drehmatrizen, Spiegelmatrizen und Drehspiegelmatrizen im dreidimensionalen Raum, weil du es damit in der Anwendung am häufigsten zu tun hast. Außerdem erkläre ich dir in diesem Zusammenhang gleich alles, was es zu Drehachse, Drehwinkel, Spiegelebene und auch Spiegelgerade zu wissen gibt. Los geht's! Eine orthogonale Matrix mit Determinante gleich 1 ist automatisch eine Drehmatrix. Wir könnten zwar im dreidimensionalen diese Drehmatrix auch in allgemeiner Form hinschreiben, aber ich glaube, das würde dir nicht so gefallen. Ich zeige dir lieber mal in einem anderen Video, wie du direkt aus Drehachse und Drehwinkel diese Drehmatrix rekonstruieren kannst. Viel interessanter ist jetzt aber, dass die reelle Zahl 1 absolut immer ein Eigenwert von so einer dreidimensionalen Drehmatrix ist. Die anderen beiden Eigenwerte lassen sich mithilfe dieser komplexen Darstellung e hoch plus i Alpha und e hoch minus i Alpha ausdrücken, wobei i wieder die imaginäre Einheit ist. Das ist deshalb interessant, weil die Drehachse, also die Achse, um die sich ein Objekt dreht, nachdem man es mit der Drehmatrix Q multipliziert, immer der Eigenvektor zum Eigenwert Lambda gleich 1 ist. Und da Drehmatrizen im Dreidimensionalen immer diesen Eigenwert haben, wird es auch immer den dazugehörigen Eigenvektor, also unsere Drehachse, geben. Jetzt könntest du dich aber fragen, Moment mal, wie sieht das denn aber aus, wenn Lambda gleich 1 ein mehrfacher Eigenwert ist? Gute Frage. Kann aber nur dann passieren, wenn unser Drehwinkel Alpha gleich 0 ist. In diesem Fall haben wir einen dreifachen Eigenwert 1. Und speziell hier haben wir dann auch einen dreifachen Eigenvektor, also drei verschiedene Drehachsen. Aber um welche Achse drehen wir uns denn jetzt? Weißt du was? Vollkommen egal. Denn der Winkel, um den wir drehen, ist ja sowieso gleich 0. Außerdem, wenn alle Eigenwerte einer orthogonalen Matrix gleich 1 sind, handelt es sich automatisch um die Einheitsmatrix. Und ich denke, die Drehung um eine beliebige Achse mit Winkel 0 beschreibt schon ziemlich gut, was bei der Multiplikation mit einer Einheitsmatrix passiert. Es passiert gar nichts. Für den Drehwinkel Alpha brauchst du einfach nur die Spur deiner orthogonalen Matrix, also die Summe der Hauptdiagonale. Danach rechnest du minus 1 geteilt durch 2 und am Ende noch den Arcus Cosinus. Fertig. Aber ist das wirklich schon die ganze Wahrheit? Theoretisch ja, praktisch nein, denn der Cosinus ist eine gerade Funktion. Wenn du jetzt auf beiden Seiten den Arcus Cosinus anwendest, dann bekommst du für den Winkel Alpha sowohl ein positives als auch ein negatives Ergebnis raus. Verstehe mich nicht falsch, beide Winkel sind Drehwinkel unserer Drehmatrix. Aber da wir uns vorher schon für die Orientierung unserer Drehachse entschieden haben, einfach gesagt, ob sie nach oben oder nach unten zeigt, ist es nicht mehr egal, da ist eben nur noch einer der beiden Winkel richtig. Kleiner Funfact, der jeweils andere Winkel, der führt auf die Inverse unserer Drehmatrix, auf die transponierte. Wir malen uns das Ganze einfach mal auf, damit wir es uns besser vorstellen können. Nennen wir zum Beispiel die berechnete Drehachse gleich n. Der Drehwinkel ist jetzt immer so orientiert, dass wenn wir von oben, also von der Seite, wo die Pfeilspitze hin zeigt, auf die Drehebene drauf schauen, ein Objekt, das an die Drehmatrix dran multipliziert wird, sich im mathematisch positiven Uhrzeigersinn um diese Drehachse drum herum dreht. Also entgegen des Uhrzeigersinns, den wir noch von analogen Uhren kennen. Zum Beispiel ist eine Drehung um 300 Grad dasselbe wie eine Drehung um minus 60 Grad. Aber eine Drehung um 300 Grad ist etwas anderes als eine Drehung um minus 300 Grad. Und genau vor diesem Problem stehen wir jetzt, wenn wir den Winkel mit dem Kosinus berechnen wollen. Weil der Kosinus eine gerade Funktion ist, kommt hier zum Beispiel der Zahlenwert 300 bei raus und wir wissen, Alpha ist dann entweder plus 300 Grad oder minus 300 Grad. Der eine Winkel gehört jetzt zu der Drehachse, die in diese Richtung orientiert ist. Der andere Winkel gehört zu derselben Drehachse, nur mit anderer Orientierung. Denn von oben betrachtet ist eine Drehung um zum Beispiel 300 Grad identisch mit einer Drehung um minus 300 Grad von unten betrachtet. Und um jetzt dieses Problem zu lösen, also um herauszufinden, welcher der beiden Winkel zu unserer Drehmatrix gehört, kannst du zum Beispiel deine Drehachse nehmen und dir zu dieser Drehachse irgendeinen beliebigen Vektor ausdenken, der senkrecht draufsteht, also wo das Skalarprodukt der beiden gleich Null ist. Und dann nimmst du deinen ausgedachten Vektor und multiplizierst ihn an die Drehmatrix dran. Wenn du jetzt diese drei Vektoren als Spalten einer Matrix betrachtest und davon die Determinante berechnest, kannst du eine Aussage treffen. Sollte zum Beispiel jeder dieser Vektoren die Länge 1 haben, also normiert sein, dann kommt da gerade der Sinus des Winkels raus. Und schon ist der Plus- oder der Minuswinkel eindeutig bestimmt. Du musst es aber nicht so kompliziert machen und diese Vektoren normieren. Denn reicht auch, wenn du die nimmst, wie sie gerade kommen. Dann ergibt ein positives Ergebnis gerade den positiven Winkel Alpha und eine negative Determinante gerade das negative Ergebnis. Es geht sogar noch ein kleines bisschen einfacher, das zeige ich dir aber mal direkt in einem Beispiel in einem anderen Video. Interessanterweise lässt sich die Drehung um eine beliebige Achse in diesem Raum hier durch den Koordinatenursprung zerlegen in die Drehungen um die Koordinatenachsen. Ist zum Beispiel dann nützlich, wenn du mal einen Roboterarm programmieren möchtest. Speziell die Drehung um eine beliebige Achse. Dann kannst du das Ganze nämlich zerlegen in die Drehung um die X-Achse mit Winkel Alpha, in die Drehung um die Y-Achse mit Winkel Beta und in die Drehung um die Z-Achse mit Winkel Gamma. Das Produkt dieser drei Drehmatrizen ergibt wieder eine Drehung um eine beliebige Achse im Raum. Ingenieure sagen dazu auch drei Freiheitsgrade. Im Übrigen lassen sich diese Drehmatrizen auch ziemlich einfach merken. Bei einer Drehung um die X-Achse hast du diesen Einheitsvektor in der ersten Spalte und ersten Zeile. Bei einer Drehung um die Y-Achse eben in der zweiten Zeile Spalte und bei der Z-Achse eben in der dritten Spalte und Zeile. Die anderen Einträge mit Sinus und Cosinus sehen genauso aus wie die Drehmatrix auch im zweidimensionalen. Nur eben musst du aufpassen, bei der Drehung um die Y-Achse ist das Minus bei den Sinussen noch vertauscht. Das sind so die kleinen Details, auf die du noch achten solltest. Ist die Determinante einer orthogonalen Matrix mal gleich minus 1, dann handelt es sich im dreidimensionalen entweder um eine Spiegelmatrix oder eine Drehspiegelmatrix. Also gespiegelt wird in jedem Fall, nur vielleicht wird dann zusätzlich noch eine Drehung hingelegt. Die Eigenwerte von so einer Drehspiegelmatrix sind absolut immer im dreidimensionalen die reelle Zahl Minus 1 und die beiden komplexen Zahlen E hoch Plus I-Alpha und E hoch Minus I-Alpha. Ich zeige dir mal, was so eine Drehspiegelung macht. Zuerst wird an einer Ebene gespiegelt, dieser Spiegelebene, also ein Punkt, wird einfach nach unten gespiegelt. Dann wird zusätzlich noch an einer Achse, die interessanterweise senkrecht auf dieser Ebene steht, eine Drehung um den Winkel Alpha im mathematisch positiven Uhrzeigersinn durchgeführt, genau wie auch schon bei der Drehmatrix. Sollte der Winkel Alpha mal gleich 0 sein, dann gibt es nur eine Spiegelung. Und ja, das bedeutet für Alpha gleich 0 haben wir die Eigenwerte Minus 1, 1 und 1 und genau in diesem Fall handelt es sich um eine Spiegelmatrix. Für alle anderen Alpha-Werte haben wir eine Drehspiegelmatrix. Die Spiegelebene und die Drehachse kriegst du jetzt beide mit ein und derselben Rechnung raus. Und zwar brauchst du einfach nur den Eigenvektor zum Eigenwert Lambda gleich Minus 1, den es ja absolut immer im Dreidimensionalen bei Spiegel- und Drehspiegelmatrizen gibt. Wenn du jetzt noch weißt, dass diese Drehachse, also der Eigenvektor, senkrecht auf der Spiegelebene draufsteht und durch den Koordinatenursprung durchläuft, dann kriegst du direkt die Koordinatenformen deiner Spiegelebene und die Parameterformen deiner Drehachse geschenkt. Wir schauen uns aber noch genügend Aufgaben in anderen Videos an. Nur beim Drehwinkel, da musst du aufpassen. Hier wird nämlich die Spur plus 1 gerechnet und nicht minus 1 noch wie bei Drehmatrizen. Es lässt sich im Übrigen auch ziemlich einfach zeigen, denn bei quadratischen Matrizen ist ja die Spur die Summe der Hauptdiagonale. Und man kann ganz einfach beweisen, dass die Summe der Hauptdiagonale, also die Spur, identisch ist mit der Summe der Eigenwerte. Addier doch mal diese Eigenwerte zusammen und setz sie hier ein. Dann kriegst du jeweils die komplexe Darstellung des Kosinus raus. Also tatsächlich diese Formeln, die passen. Zu guter Letzt haben wir noch den Spezialfall. Spiegelung an einer Ursprungsgeraden. Aber die orthogonale Matrix, die zu dieser Konkurrenzabbildung gehört, ist keine Spiegel- oder Drehspiegelmatrix, sondern einfach nur eine Drehmatrix. Auch wenn das Wort Spiegelung uns vielleicht was anderes denken lässt. Die Spiegelung an einer Geraden ist dasselbe wie eine Drehung um 180 Grad um diese Drehachse herum. Das bedeutet, wenn du mal an einer Geraden spiegeln sollst und zum Beispiel die zugehörige orthogonale Matrix aufschreiben sollst, dann weißt du, es handelt sich um eine Drehmatrix mit Eigenwerten 1, minus 1 und minus 1. Die Ursprungsgerade, an der gespiegelt wird, also um die um 180 Grad gedreht wird, ist gerade der Eigenvektor zu Lambda gleich 1 und hier brauchen wir die Betrachtung mit dem Sinus gar nicht erst durchzuführen, denn es ist vollkommen egal, ob wir um plus Pi oder um minus Pi drehen. In den nächsten Videos zeige ich dir noch genügend Aufgaben zu jeder nur möglichen Fragestellung zu Drehspiegel und Drehspiegelmatrizen. Einfach damit du alles mal gesehen hast, was möglicherweise mit deiner Prüfung auf dich zukommen kann. Also bleib dran und bis zum nächsten Video. Ciao. Hey, ich hoffe ich konnte gerade mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt. Sollte mal eins deiner Themen nicht dabei sein, dann schreib mir einfach eine Mail und du erfährst als erstes, wenn neue Kurse rauskommen. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du möchtest, dass in Zukunft weiterer Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.